Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, yeah! So, und ich begrüße auch meinen Hater. Ja, es freut mich immer, wenn du mein Video angelegst. Schenkst du mir dadurch einen Klick. Und nur um einen Daumen runter zu geben, das finde ich ganz toll. Aber so, Leute, sind mir eigentlich recht egal. Ich weiß ja gar nicht, wer es ist. Du kannst mir ja gerne mal schreiben, was du an meinen Videos nicht leiden kannst. Oder was du gegen mich persönlich hast, keine Ahnung. Du kannst mir auch eine persönliche Nachricht schicken, falls du nicht willst, dass meine Abonnenten das mitbekommen, wer du bist. Also schick mir mal eine Nachricht. So, aber dazu jetzt nichts mehr. Wir sind hier wieder bei Brusi. Ich wollte ja eigentlich zu Dimitri gehen, allerdings will ich erst hier die Mission fertig machen, damit wir die Rennen freigeschaltet bekommen für Brusi. Deshalb machen wir jetzt hier erstmal die Mission weiter. 3, 2, 3, 3, 5. There's someone here to see you. I'm working out! 6, 3, 6. Hey, Brusi. Miko! One second. 3. Why didn't you tell me it was Miko? Why? Man, women. Man, women. Man, I'm ready for you. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry. I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, Miko. Ordered online from Chile. Makes you feel really... male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here. Pause. I'm shitting you, man. Now look. You did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen. That guy Lyle had a car worst. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue. It's thine great. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay. Uh, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye. Bye. Begib dich zur Yorktown Avenue. Ähm, wir haben eine SMS eben noch bekommen. Habe ich ganz vergessen von Brusi. Ein eiskalter Motherfucker wie du könnten... Was? Ich kann das echt von hier nicht lesen. Äh, wie du könnte gut Kohle als Ordnungshüter verdienen. Alter, die Cops vergeben. Ihr arbeitet jetzt an, äh, sauber Unternehmer weiter. Sie nach das nächste Mal, wo du in einer... Ja. Ich hab's doch jetzt nicht verstanden. Äh, ihr könnt's natürlich jetzt besser lesen. Allerdings hier mit meinem Fernseher. Ich sitze etwas weiter weg. So hab ich einen großen... Also einen großen Fernseher. Ja. Ähm. Ähm, und das, äh, die Farben sind auch anders hier für mich zu sehen. Äh, weil ich die mit der Capture, Game Capture, das verändert die Farben allerdings nur für mich hier so. Und, äh, das kann man echt schlecht lesen, diese schwarze Schrift auf dem grauen Hintergrund. Deshalb muss ich mir, ich weiß, ich sag das immer, muss ich mir mal einen neuen Hintergrund kaufen für das Handy. Äh, egal jetzt. So, die lese ich mir mal offscreen nochmal durch, die SMS. Allerdings machen wir jetzt hier eine Mission für ihn nicht. Weiß man nicht, was wir hier machen. Aber egal. So, ähm. Ja, man hat's grad wieder gehört, falls man gehört hat. Also ich hab's jetzt gehört. Das Piepsen ist echt vom, äh, GPS an einer Kreuzung. Jetzt hat man's wieder gehört. Das hab ich echt nicht gewusst. Schön, dass das kommentiert wurde. Äh, das hab ich mich ja gefragt im letzten Part oder im vorletzten. Das hab ich früher nie gehört, weil ich das Radio auch jetzt etwas leiser gestellt habe fürs Let's Play wegen der, äh, geschützten, äh, Musik. Ähm, deshalb hör ich das jetzt eigentlich so zum ersten Mal. So, und wir sind da. Äh, geh hinten rum, um, äh, den Wagen zu holen. Ja, die geben mir, geben, die geben mir den, den Wagen meiner Fresse doch nicht so leicht, oder? Sind, da war doch jemand, oder? Nein. Ich hab Angst. Ach ja, Angst, äh, gutes Thema. Ähm, ich lese erst mal, was hier steht. Da steht doch bestimmt was. Ah, Videos, du kennst, okay. Dann komm ich gleich wieder zurück auf das Thema. Äh, begib den Wagen, äh, bring den Wagen zurück zur Boost-Garage. Idioten, hört auf zu schießen. Ähm, wo ist die, ach so, ja, der Rückweg, haha. Ähm, ja, Angst wollte ich noch was zum Thema sagen. Ich war ja vor kurzem bei der Todeschaukel. Ähm, und dann wurde auch kommentiert, äh, dass ich doch mal zu dem Geisterhaus fahren soll. Äh, davon hab ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Ich war verwirrt. Ein anderer Abonnent von mir hat, äh, hat sich auch gefragt, äh, was das sein soll. Dann hab ich mich informiert auf YouTube. Oh, ne Flügel halt, ähm, das gibt's wirklich. Da gibt's so ein, äh, ne Fabrik. Ähm, auf der dritten Insel ist die allerdings. Ähm, da soll's angeblich spuken. Ich hab ein paar Videos gesehen, allerdings war das jetzt nicht wirklich, äh, hat man da keine Geister oder so gesehen. Allerdings sagen da welche, dass man da Stimmen hören, hören würde. Äh, da bin ich mal gespannt. Dann fahr ich da auf jeden Fall mal hin. Allerdings kann ich das noch nicht machen, denn ich brauch noch ne Hose, weil ich mich da einpisse. Vor Angst. Äh, ne, natürlich nicht. Ähm, ich kann da noch nicht hin, weil es die dritte Insel erst ist und da darf ich ja noch nicht hin. Ähm, aber bei solchen Situationen, muss ich ehrlich gestehen, hab ich echt manchmal Schiss. Also, da kacke ich mir schon ein, manchmal, also, ich glaube, ihr würdet euch freuen, wenn ich mal ein Horror-Game spielen würde. Da hab ich nämlich sehr Angst, haha. Ja, aber es geht, also, ich übertreib dann immer ein bisschen. Ihr könnt ja mal schreiben, äh, welches Horror-Spiel ich denn gerne mal spielen soll. Also, was ihr euch wünscht. Ich, äh, Dead Space hab ich vorgehabt, oder Dead Space 2. Allerdings gibt es ja bestimmt noch gruseligere Spiele. Könnt's ja mal kommentieren. Vielleicht besorge ich mir das dann. Jetzt hab ich nicht aufs Geld geachtet, allerdings hab ich sehr viel Geld im Moment. 12.000. Ich glaub, es waren wieder so 4.000, 5.000 Dollar. Ja, alles klar. Ähm, falls ich jetzt kurz nichts sage, ich muss niesen, äh, ich hab hier gerade einen Niesanfall. Ähm, was mach ich denn jetzt? Das hat ja gut geklappt. Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Nähmission. Und zwar für Brusi. Achso, nein, da muss ich ja... Da. Kollege, ähm, kann ich da rauf? Fahr mal los. Komm, fahr. Ja, hol mich mit. Ich fall eh gleich runter. Ja, komm schon. Da kann man doch draufstehen, Nico. Yeah, liegt drauf. Bäm. Zack. So, äh, ins Internet wollte ich gehen. Oh, das ist ja mal praktisch. Da sind wir ja fast direkt, oder? Ist das? Ja. Ah, na gut, da muss man umwegfahren. Aber hier jetzt ein... Nicht so ein großes Auto, das dauert zu lang. Dann geh ich kurz ins Internet, hol mir... ...einen neuen Hintergrund fürs Handy. Das könnte ich allerdings auch offscreen machen, aber dann, äh, seht ihr das auch. Und, äh, dann besorge ich, falls ich eine E-Mail von Brusi bekommen habe, besorge ich das nächste Auto. Das werde ich ja jetzt zeigen. Weil es gehört dazu, wie gesagt, und es wurde auch kommentiert, äh, ja, es heißt ja Quenteft Auto, das Spiel. Also macht das schon Sinn. Das ist ja eigentlich so Sinn der Sache. Also, daher kommt ja auch der Spieltitel. Sonst könnte man das ja auch irgendwie anders nennen. Wenn man da keine Autos klauen muss. Äh, was heißt das auf Deutsch? Großer Kraftfahrzeugdiebstahl oder sowas. Egal, so. Äh, an unser Stammcomputer. Yeah, so, jetzt muss ich kurz gucken. Boah, wir haben fünf, äh, E-Mails und Klingeltöne. Ich glaube, die sind auch bei Klingeltöne. MP3, ja genau, hier, Designs. Hundert Dollar jedes. Das habe ich gerne. Miami Heat. Äh, allerdings rot sieht bestimmt nicht so gut aus in der Aufnahme. Was könnte denn da... Gibt es da nicht noch andere? Aha. Puh, was könnte man denn gut lesen? So ein Rosa. Die sind alle eigentlich scheiße, würde ich mal sagen. Schon mal, ich glaube, gelb kann man gut lesen. Ich hole mal das, Chuckin, Chuckin Bell. Ach, scheiße, ich habe ja noch so ein anderes Telefon. Fuck, ich... Kann ich mir jetzt das echt nicht kaufen? Warum hat der dann Danke da stehen gehabt? Fuck, ich kann mir gar nichts kaufen. Ich gehe kurz noch mal raus. Ähm, Optionen, Singleton, Kastatur, Schlafmodus, was ist das denn? Äh? Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht mehr, Schlafmodus. Dann kann ich nicht von diesen, äh, Leuten genervt werden. Geil. Äh, ich kann echt noch keinen Hintergrund wählen. Sehr geil. Gehen wir noch mal ran. Äh, toll, das hat jetzt noch mal gekostet. Ein paar Euro. Oder ein paar Dollar. So, was haben wir denn hier? Äh, Hoss... Wer ist denn Hossan? Hey Mann, wie geht's? Oh ne, ich muss mich das jetzt nicht vorlesen. Ich muss das jetzt nicht vorlesen, oder? Äh, das kann ich ja selbst lesen. Dein Freund, ich antworte mal. Ich glaube, das hat jetzt gar nichts gebracht. Roman, schön, dass du online bist. Spam. Wie kann man das markieren? Spam-Ordner. Äh, Brusi. Ich wollte nur sagen, äh, dass ich heute meinen Sitterbrick heute gebraucht habe. Naja, unnötig. Scheiße, auch kein, äh... Haha, geile Antwort. Ich kann echt keinen Wagen jetzt suchen. Fucking Dollar hat das gekostet. Ähm, dann machen wir eine Drogenlieferung für Lil Jacob, auch wenn, äh, wenn die jetzt schon wieder fast 13 Minuten rum sind. Egal. Ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen und nicht so eine kleine Mission und... und dann hier so, äh, nur gelabert. Dummes Zeug gelabert, wie man es von mir kennt. Und da irgendwas gemacht, wo man eigentlich gar nicht machen muss. Ich glaube, die ganzen E-Mails, die wohl gar nichts mit der Story zu tun haben, lese ich mir mal so durch. Ähm, wir rufen... Oh, jetzt... Ich hoffe, wir sind jetzt in der Nähe. Wenn nicht, mache ich Polizeimission, wenn da irgendwo ein Polizeiauto ist. Hey, Jacob. Are you sitting on the packages that you need to deliver? Hi, I'm Nico. I ain't real happy about the last shit messing up. There'll be another one another to transport outside the cafe, see it? You have to meet my man under the press run towards in the metal spot. See you, Nico? Okay. Das Päckchen ist im Wagen. Ähm, da gibt's... Ja, habt ihr's bald jetzt hier mit dem Jeep S. Äh, es gibt tatsächlich, äh, auch Jobs für Jacob Drogendieferungen, wo nach Zeit gehen. Und die sind echt schwer. So hab ich's in Erinnerung. Weil da wenig Zeit ist und ist echt knapp die Zeit mit so einem scheiß Auto. Ich weiß nicht, ob man ein anderes Auto sich daneben stellen kann und damit dem wegfahren kann oder ob man mit dem Auto da fahren muss, äh, müsste ich mal probieren, aber jetzt allerdings nicht. Wer ist denn da geflogen? Ich kann nicht fahren. So, das müsste hier sein. Ach, ist sie immer hier? Kann das sein? Ja, oder? Es muss immer an der gleichen Stelle sein. Ja. Oh, geil, das dann. Komm raus jetzt. Sehr schön. Ich hab immer noch keine Taube hier gesehen irgendwo mal. Bis jetzt... Einen in der Mission. Hör ich da gerade eine? Ich hör doch einer. Nö, doch nicht. Doch? Alter, hört ihr das? Egal, da hab ich mich verhört. Sorry, dass ich jetzt hier gar nichts gesagt habe, aber ich muss... äh, muss ja auf den Ton hören. Okay, keine Zeit. Sehr schön. Und das geile GPS wieder. Ah, jetzt soll ich wieder auf die Karte schauen, wie weit der Umweg ging. Ja, es hat sich gerade geändert. Egal. Dann fahren wir wieder dahin und dann warten wieder Leute auf uns. Wow, das ist eine Abwechslung. Immer das Gleiche. Aber, das kennt man halt von... Boah, was geht denn hier? Karte explodiert gleich. Das kennt man ja von GTA eigentlich, dass die Missionen nicht wirklich äh, anders sind. Äh, die sind ja irgendwie immer gleich nicht wirklich wirklich abwechslungsreich. Und warum? Seitdem irgendjemand kommentiert hat, dass ich doch gerne mal ein Part in saarländisch machen äh, soll, spreche ich irgendwie manche Wörter wieder saarländisch aus. Deshalb sag ich manchmal beides doppelt, nur ein bisschen anders ausgesprochen. Es kommt mal irgendwann ein Video auf saarländisch, falls euch das interessiert. Ein paar haben es schon geschrieben. Allerdings wirklich richtig brutal saarländisch spreche ich jetzt nicht. ähm, nur halt ein paar Wörter und die sag ich ja auch sehr oft hier so in dem, äh, in dem Let's Play. Aber eigentlich hat das so gut geklappt, seitdem ich angefangen habe, dass ich da ein bisschen Hochdeutsch gelernt habe mittlerweile. Naja, so schlimm ist das jetzt nicht. Ähm, da steht jemand? Da stehen mehrere. Muss ich Platz machen? Nee. Ah, ich hätte fast erschossen. Gut, dass ich gewartet habe. Ähm, ich habe keinen Uzi. Hallo. Ah, na super. Die Cops. Äh, ja, was muss ich machen? Ah, wir haben deine Fahrnungslevel. Los. Ey, die holen da Deckung. Die Schweine. Vor meinem schönen Auto. Zwei Sterne. Ha, Pussy. Pussy, Sterne. Ich habe nicht verfahren. Aber ich musste nur loswerden, dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Ich wollte jetzt eigentlich ein paar Polizisten abknallen. Äh, ich muss ja nur geradeaus fahren. Ist ja geil. Wenn da keiner vor mir jetzt wartet, sind wir ganz schnell aus der Zone raus. So, sehr schön. Jetzt sind wir in der DDR. Nee, oh, nicht überfahren. Boom, zack. 250 Dollar, Respekt plus. Und, ähm, das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Ja, das war klar. Ich muss immer warten, bevor ich mich verabschiede, denn da kommen ja immer noch Anrufe. Hey, hey, man, ich habe das Paket Nice, ein Freund der Operation in der Flur. Komm, wenn du willst, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst. Okay, dann, äh, verabschiede ich mich jetzt zum zweiten Mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao, ciao.